Ollo willkommen beim früch-frühlichen Spaß mit uns beiden und du hast dich umgebracht das Rechte für das zu einem ich habe überhaupt nichts ich ziehe mit meiner Waffe an dieser Punkt der Punkt ist für die Vorführung ja das ist nicht das ist der das Zielgerät für meine Waffe das Zielgerät einen Laserpointer ja der auf einer Waffe drauf ist ja ist das falsch oder was die Schaufel nur noch vielleicht einfach die Schaufel ob das hilft das heißt Dankeschön ich will gar nicht wissen wir lernen und das noch dauert wir sollten sich etwas weiter in die wüste gehen über den fluss zum beispiel warum nervt sich das eigentlich die leser konnte das stört da ist ein bisschen rot ja die zum wies haben ihre u-bahn schon fertiggestellt fast 30 frames respekt und er hat nicht doch die ganze zeit die die zum wies haben ihre u-bahn fertig gestellt die pippe 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 k k k k k was sie die die leertaste was ist und dann dann müssen nicht so oft drauf drücken und der zug ist eingetroffen dort können wir so riesige karawanen machen die das sand transportieren und so weiter warum wir aber auch 30 war grundvoller samt kommt und das ist was etwas mehr vielleicht dahin würde ich die nach dem ständigen dass das er dann kommt holl�end ist das ist dass das er da stehen können der dort dort sind die acuerdo gemacht weit gesprochen ist so Kuhle 4 4 4 Kuhle 4 Kuhle toll der Witz wird immer besser in unserem Sonnachstund hat sie gefuttert wir haben ja noch mal Nahrungskiste das gehört das ist ja kein wertvoller schoss braucht wir nicht das rote auf der erde was ein Tumor brauchen wir steuern was das ist die oh das 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 ja ich muss meine Finger benutzen wird mir so beigebracht das scheiß Mikrofon auszustellen Hör auf das scheiß Mikrofon auszustellen ich hätte das genau, ich hätte das aufnehmen müssen Leck mich am Arsch 5 Sekunden lang geschieht Leck mich am Arsch Hör auf den scheiß auszustellen ganz ehrlich Leck mich am Arsch wo, 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 wo ganz ruhig Leck mich am Arsch Ich wollte es nicht vorkommt warum ist ein Fohr und sieben voll der Wurst schon gerne schon was vor compress召1 ich mache noch einen das reicht noch mehr ist in der Fall ist genug er heißt mit Pizzawarm zu machen und Sonnkorn warum soll hier wird irgendwo scheiße drin war hier ist der Schuss ich bleibe dann brenn ich meine Faust durch den Kopf mit dem Kopf Prozent hoch die Schließt ich muss mal so ein Kubikmeter Ofen durch die Gegend ja 1 2 3 4 5 6 8 das ist geht zu schnell ist doch noch so viel geht es um brauchen wir niemals Prozent Kuhl das war ein Tunnel von etwa 10 die umgekehrt sind ja üblich das ist überirdisch die anderen bahnen waren strecke die wir noch bauen werden da diese ja schon deutlich ist sonst zu viel klinik und wollte ja das sind so skylight diese 60 meter über dem boden ja und jedes mal eine station kommt fallen die so runter also ich muss erstens kisten haben wir knochen drin und so wollte es ist kann die ballen das ist noch keine reihe mit einsturz dass ich gleich aufessen werde ich habe ja so also unser probieren es besteht aus drei brot und im ipod interessant wir könnten vielleicht auch ein ipad machen so ein bisschen holzbruch die Kuhl-König ist für jemand das Text der Pekabin will leckwischen Leckensommer schenkt und schreit bitte leckten wenn jemand wenn ihr euch das Text der Peknames Leck mich am Arsch haben gebetet um die dort und schreiten ich will also wenn ich mich anschraubt dass der das will dann muss ja dass er das will dann müsst ihr euch vor vornamen Nachnamen oder Telefonadress Telefonnummer Karten Nummer und PIN Code Kreditkarte Nummer und PIN Code dazu und diese drei kleinen Zahlen die sich noch auf der Rückseite der Kreditkarte äh befinden äh damit die schönes Prozent damit ich mehr bei Zalando einkaufen kann äh nein was ist Zalando was du weißt nicht was Zalando ist tut mir leid ich habe ein Penis so leuchte dir wie du hast du ein Penis du bist ein Mädchen boah das heißt so lustig wie das ein Penis du ist ein Mädchen ha 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 oh schön warm hier es brennt ja auch überhaupt nicht unsere Hütte ist voll sicher vom Vorbrand gefahren ja wenn sie so voller Öfen ist kann sie nicht abbrennen da die Öfen nicht abbrennen toll das war jetzt echt das Mikrofon ausgemacht hat haha wie lang was wie lang eine Stunde vielleicht sehr lang genug damit die Zombies hier spawnen können Proviant FRONSO nicht genug oder scheiß man Franken 500 wenn auch geht ist was das geht mit hilft da muss ich meine Finger verrückt können und das geht genauso schnell überhaupt nicht schön auch gut wie viel Kugel es geht viel schneller Kugelsen das geht überhaupt nicht schön doch das geht schneller das nehme ich nicht den Kommen ein du musst nur einmal draufklicken es geht schon auch schneller ja das geht zum Beispiel schneller ja gut das sollte genug sein und ich pack mal aus du sagst deine Prozent er hat die Boxe nichts aus so ließ es zu tun ich meine mein Koffer auspacken der Mutter kommt so muss doch deine Mutter aus Sagen in den Wagen in den Wagen Ich bring sie da runter und geh sie da raus. Ja, hallo. Ich hoffe, das Mikro frisst aus. Nein, scheiße. Ich habe es eingeführt. Ich habe es aufgegessen. Ich habe mal zum Mittagessen habe ich mal kurz so einen Eisenbahnwaggen aufgegessen. War gut. Ja, ich spitzer genommen, sehr gut. Du schmeißt dir mit Schienen durch die Gege. Hast du spitzer gemacht? Nein. Okay. Hast du mich vorhin übrigens nachgeguckt? Vor drei Sekunden. Na, meine Nase juckt. Ich habe ein Problem gekonnt. Mein König juckt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Haben wir den Timer? Du hast einen Penis. Ja. Ab. Was? Jetzt geht es wenigstens ein bisschen schneller. Nicht wirklich. Doch. Ich habe mein neuer Ring. Auf Wiedersehen. Er ist übrigens verheiratet. Mit meinem Laserpunter. Mit meinem Computer. Mit meinem Computer. Bist ja auch Gamer. Das ist nicht lustig. Du auch nicht. Deine Mutter ist nicht lustig. Habe ich auch nicht behauptet. Haha, du hast deine Mutter runter gemacht. Ich habe nicht gesagt, dass sie nicht lustig ist. Oder auch nicht gesagt, dass sie lustig ist. Lustig. Lustig. Tralala. Du bist lustig. Das klingt so genial. Hey, du lustig. Schau mal. Lustig. Hey, Idiot. Gebt her. Gebt her. Gebt her. Gebt her. Wiedersehen. Ich muss ja gleich jemanden verhauen. Tschüss.